Cesare Ferrario ist ein italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor, Leben. Ferrario war Schüler der Scuola Date Dramatica des Piccolo Teatro di Milano und spielte Theater unter Giorgio Strehler sowie an wichtigen, italienischen Bühnen. Mit Ottavia Piccolo und Roberto Herlitzka wiedereröffnete er Mitte der 1980er Jahre das Teatro Carcano in Mailand. Daneben war er Schauspieler, Autor und Regisseur im italienischen Fernsehen und im Radio der italienischen Schweiz. Ferrario debütierte als Filmregisseur 1985 mit einer Dramatisierung und Aufarbeitung der Ereignisse einer Mordserie in der Toskana zu Beginn des Jahrzehntes. Il Mostro di Fierenze, zu dem er auch das Drehbuch schrieb und für den Schnitt verantwortlich zeichnete. Vier Jahre später inszenierte er ein Buch der Marina Ripa di Mine. Erst weitere zwölf Jahre später erschien sein dritter Film, die russische Co-Produktion La Bella di Mosca. 2010 war Ferrario künstlerischer Leiter des römischen September-Concerto Filmografie 1985 Night Ripa – Das Monster von Florenz 1989 La Piubela del Rime 2001 La Bella di Mosca 2 2 3 3 5 5 6 7